Ich lese vor aus 5. Mose, Kapitel 30, Vers 11 bis 14. Da heißt es, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Es gibt diese Leute, sie wollen das Wort Gottes ausgraben. Sie wollen jenseits des Meeres gehen, in fremde Länder gehen und das Wort Gottes irgendwo ausgraben. Warum? Sie haben nicht den ersten Punkt verstanden, deswegen verstehen sie auch nicht den zweiten Punkt, dass das Wort immer noch dasselbe heute ist. Sie glauben nicht an die Bewahrung der Bibel. Müssen wir wirklich irgendwo das Wort Gottes ausgraben? Müssen wir es wiederherstellen? Muss ich meinen Retter wiederherstellen? Hey, mein Retter ist immer noch dasselbe heute. Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ich muss meinen Retter nicht ausgraben. Ich muss nicht das Wort Gottes irgendwo ausgraben. Es ist dasselbe heute. Also sie glauben nicht offensichtlich an die Gottheit Jesu Christi. All diese Textkritiker, sie sind nicht gerettet. Müssen wir irgendwo übers Meer fahren und das Wort Gottes ausgraben, es wiederherstellen? Was ist das für eine Lästerung? Es ist immer noch dasselbe Wort. Und das haben wir heute. Oder haben wir heute einen anderen Jesus als gestern? Sprüche 17 Vers 24 sagt, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Siehst du diese, diese Dummköpfe? Sie schweifen am Ende der Erde umher. Ja, da finden wir vielleicht irgendwo Gottes Wort. Irgendwelche Überreste. Irgendwelche Manuskripte. Von irgendwelchen Sekten. Kumran zum Beispiel. Die Kumranrollen. Das waren im Buchstab die Sekte. Sie haben Gottes Wort verfälscht. Die Augen des Toren schweifen am Ende der Erde umher. Aber weißt du, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Ich habe die Weisheit vor Augen. Ich habe die Weisheit. Zusammengefasst in einem Buch. Ich habe Gottes Wort. Ich kann Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, wann ich will. Ich muss nicht irgendwo in einen anderen Sand gehen. Ich muss nicht irgendwo mit meinen Augen am Ende der Erde umher schweifen. Hey, mir liegt die Weisheit vor Augen. Aber sie sind eben nicht weise. Und Gott sagt, dass die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott ist. All diese Textkritiker, die dir das Wort Gottes wiederherstellen wollen. Und wovon rede ich jetzt? Leute glauben nicht an die Bewahrung des Wortes Gottes. Sie glauben, dass die Bibel verschollen gegangen ist. Dass sie sich verändert hat mit der Zeit. Und jetzt müssen wir eben all diese Manuskripte ausgraben. Wir brauchen Archäologen, die all diese Manuskripte ausgraben. Dann gucken wir, was die Unterschiede sind zwischen den verschiedenen Manuskripten. Dann versuchen wir Gottes Wort wiederherzustellen. Aber ist das, was die Bibel sagt? Nein, sondern die Bibel sagt, dass Jesus Christus derselbe gestern und auch heute ist. Das heißt, wir haben heute immer noch dasselbe Wort Gottes, was die Apostel hatten. Und was die Apostel geschrieben hatten. Wir haben immer noch die Originale. Oder willst du sagen, dass wir nicht den Originalen Jesus Christus haben? Ist das, was du sagen willst? Willst du die Gottheit Jesu Christi angreifen? Denn das ist, was sie tun. Aber die Bibel sagt, dass die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott ist. Das sind Idioten in Gottes Augen. Sie kommen sich schlau vor. Sie kommen in welcher Wissenschaft daher. Warum? Weil sie nicht glauben an die Bewahrung des Wortes Gottes. Sie glauben nicht an diesen einfachen Vers, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit ist.